Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword, vielleicht eine der letzten Folgen. Als ich gerade das Hylia-Schild holen wollte, da hat sie mich angesprochen, dass ich es bin. Was ist denn? Du bist so anders. Was ist denn? Äh, ich, äh, ach nichts. Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre, aber so oft wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Äh, ich, äh, was sag ich da eigentlich? Entschuldige bitte, ich bin etwas neben der Spur heute. Äh, also, du bist ja bestimmt hier, um das Itemlager zu nutzen, oder? Ja. Aber gern, bitte sehr. So, ich möchte mein Hylia-Schild haben. Uh, das tauschen wir mal aus. Gegen das da. Fertig. Vielen Dank. Ach, da bist du ja schon wieder. Habe ich dir etwa gefehlt? Ähm, willst du vielleicht ein paar Sachen hier verstauen? Nein. Also wirklich, wieso sprichst du mich denn an? Vielleicht sollte ich sie häufiger ansprechen? Nee. Okay, sie ist eigenartig. Sie ist sehr eigenartig. Aber sie will nicht weiter mit mir interagieren, deswegen haben wir Pech gehabt. Sie hat Pech gehabt. Wir nehmen unser Schild raus. Endlich sind wir komplett ausgerüstet, ausgestattet mit allem drum und dran. Und werden uns jetzt in den Siegeltempel wagen. Mit dem schönsten Schild ever. Tada! Master Sword und Hylia-Schild. Was gibt Schöneres, als die beiden Dinge bei sich zu haben? Mal ganz ehrlich. Also gut. Zurück in den Wald von Phyron. Ein letztes Mal fliegen wir mit unserem Wolkenvogel durch die Gegend. Es ist erstaunlich, dass der überhaupt noch fliegen kann. Jetzt, wo die Götte nicht mehr da ist und ihm die Macht genommen hat. Nein, hat er. Hat sie nicht. Würde sie auch niemals wagen. Wir kommen jetzt runter. Und zwar dorthin, wo wir hin müssen. Nämlich genau hier. Ja, da wollen wir hin. Wunderbar. Auch weiterhin ist natürlich der Siegelhain hier jetzt bestückt mit dem Tempel und der Statue der Göttin. Und jetzt dürfen wir uns endlich in den Endkampf wagen. Wir laufen Geraim hinterher in das Tor der Zeit, in unser Zeitportal. Und hoffentlich können wir ihn endlich ein für alle Mal vernichten. Und wir linken. Und jetzt mache ich jetzt wie lange. Der Hylia-Tempel. Impa. Ah, Bisu. Gerahim hat mich erwischt. Sorge dich nicht um mich. Du musst ihn aufhalten. Er ist durch dieses Haupttor geflohen. Noch ist es offen. Schnell! Ja, vorher konnten wir dort nicht raus. Schnell! Schnell! Ich muss das Siegel brechen. Dann kehrt der Dämonenkönig zurück. Haltet mir bis dahin diese elenden Wurm vom Leib, meine Dinger. Äh, Dina. Es ist mir gleich. Wenn keiner von euch übrig bleibt, verschafft mir nur genug Zeit, egal wie. Und jetzt los! Oh, verdammt. Gut, ich glaube nicht, dass es viel bringt, sie zu bekämpfen. Wir gehen einfach runter. Lassen uns doch nicht davon abhalten. Wir können auch nicht einfach so runterspringen. Das hat er erfolgreich verhindert. Oh. Okay, zu viele. Keine Ausdauer mehr. Äh, äh. Upsala. Oh, hallo. Oh. So, er ist schon mal tot. Oh, ich habe keine Ausdauer. Okay, es sind alle tot. Alle sind tot. Herz mitnehmen. Abhauen. Was? Tschüss. Oh, was bist du denn für einer? Guten Tag. Schmeißen die schon mit Bomben? Ja, 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 ja. Jagt euch mal gegenseitig in die Luft, aber nicht mich. Ach Gott, verdammt. Wir hätten ja immer mehr. Weg hier. Oh, verdammt. Ui. Und die haben sich selber in die Luft gesprengt. Auch schön. Gut für mich. Ja, ist auch wieder gut. Nehmen wir die ganzen Herzen mit. Okay. Alle besiegt. Alle besiegt. Zumindest die dicken. Weiter. Gott, da kommt schon wieder eine Armee. Geht weg hier. Müsst ihr durch? Sorry. Ich hab's eilig. Und noch mehr Schützen. Okay. Puh. Ah, noch ein Kampf. Ja, du bist offensichtlich einfach. Der haut ab. Wieso haut er ab? Wie soll ich ihn dann besiegen? Er scheint ein bisschen gewiefter zu sein. Ups. Oder auch nicht. Autsch. Guten Tag. Okay. Geschafft. Jetzt mitnehmen. Weiter laufen. Ist das süß hier. Ihr seid echt niedlich. Wisst ihr das? Aber wir haben's gleich geschafft. Wir sind gleich da. Es kommt nur für einer. Ach ja, Skelette. Warum auch nicht? Ein Skelett ist tot. Zweites Skelett ist tot. Kommen wir durch? Ja. Kommen wir. Weiter. Ruft ruhig eure Freunde. Ist überhaupt nicht schlimm. Oh, auch noch dicke. Ich hole mir mal die Frucht. Dankeschön. Tschüss. Okay, ich bin da. No. Okay, alle besiegt. Lass mich rein. Okay. Du bist zu früh dran. Ein Stümper wie du weiß das natürlich nicht. Aber so ein Ritual braucht seine Zeit. Warum kannst du nicht einfach Geduld haben und abwarten? Du ungeduldiger Bengel. Du machst alles kaputt. Das hier ist ein Moment des Ruhmes. Jetzt hast du es geschafft. Du hast mich wirklich wütend gemacht. Nun mache ich ernst. Ich werde kein drittes Mal gegen einen Menschen verlieren. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ich habe dich schon bei unserem ersten Treffen verabscheut. Wenn man nett zu euch Menschen ist, werdet ihr nur frech. Ich als Diener des mächtigen Dämonenkönigs verdiene auch etwas Respekt. Trotzdem habe ich mich dir gegenüber stets gnädig gezeigt. Und du hast es einfach ausgenutzt. Immer und immer wieder. Von einer lächerlichen Kreatur wie dir, so gedemütigt zu werden, ist eines Schwertes wie mir unwürdig. Du verdienst die Schlimmste aller Strafen, die Verbannung in einen bodenlosen Abgrund, ewiger Qual. Mit meiner übermächtigen Kraft werde ich dir unbarmherzig zusetzen, dich in die Energie treiben oder in die Enge und dann in die Tiefe stürzen. Ich schicke dich zur Hölle. Der Dämonenkönig wird dich dort verschlingen. Na, wer geht in die Tiefe, hä? Zack. Autsch. Sehr schön. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Puh. Ich krieg dich. Wie krieg ich ihn? Ich krieg dich. Ah, ich verstehe, okay. Ah, verdammt. Mach's nochmal. Verdammt, noch eins. Ah, Mist. Na komm, mach nochmal. Spiel noch ein bisschen Tennis. Ja, perfekt. Dieser verfluchte Wicht. Oh, okay. Okay. Da komm ich nicht einfach so gegen an. Ah, okay, ich verstehe. Okay, okay, ja, ist schwer. Ist sehr schwer. Aber wir haben noch eine Fee. Es ist alles gut. Wir haben noch zwei Feen, glaube ich. Okay. 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 Das ist mehr oder weniger Glückssache, wie er gerade das Schwert hält. Wenn man das nicht einigermaßen durchschaut, wird es schwierig. Ja, Gott sei Dank.